Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Die Charaktere in Fahrenheit leiden und sie lieben. Oft leidenschaftlich, manchmal verzweifelt. Die romantischen Szenen gehören zu den intensivsten Momenten des Spiels. Lukas und Tiffany haben sich getrennt. Sie kommt eines Abends vorbei, um ihre Sachen abzuholen. In Tapsik tasten sich die beiden einsam aneinander heran. Ob sie für eine Nacht zueinander finden, hängt von ihnen ab. Hast du einen neuen Freund? Tut mir leid, ich bin gefragt. Nein, das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Und du? Nein, ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Hey, du. Fehlst mir. Wirklich. Du mir auch. Spielst du noch? Weißt du, das ist mir gar nicht mal in den Sinn gekommen. Spiel doch ein paar Takte für mich. Bitte. In Erinnerung an alte Tage. Okay, gern. Tja, ich geh wieder. Tja, ich geh wieder. Tja, ich geh wieder. Tja, ich geh wieder. Das war's. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Polizist Tyler ist glücklich. Seine Freundin Samantha und er feiern ihren zweiten Jahrestag. Die Liebe zu Sam stellt Tyler später im Spiel vor die schwerste Entscheidung seines Lebens. Und die Tafel Kala ist solo, sitzt zu Hause und schaut fern. Was sie nicht weiß, aber wir, gleich wird es an der Tür klingeln. Ob sie alleine aus der Pizzaschachtel essen muss oder jemanden findet, das erzählt ihnen Fahrenheit. Max, toll dich jetzt hier in den Ticket!